Kirchenbau. Ja und ich mache jetzt Tayox erst mal ein Jetpack und dann verbessere ich Deins. Einmal das da und mir fehlt das da. Und mir fehlen die da. Eins, zwei, drei, vier. Warum habe ich davon noch keine Pflanze? Das ist ja mal sowas von mies. Dann ändere es. Nö. Oh. Achso, ich brauche vier Stück davon. Ich brauche zwei davon. Eins, zwei und wir haben ein Tier 1 Jetpack. Dann, Du hast ja auch schon Tier 2. Ja. Einmal das wieder. Und nochmal viermal. Eins und das reicht, reicht das Gold nicht. Ich lege mich doch am Hinterteil. Das war doch auch aus irgendeinem Gameplayspiel die Melodie. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube Pokémon. Ja, so. Pokémon Hype. Ja. Ja, gut. Ich habe so viel Ärzte, ich kann die gar nicht verbrauchen. Hm. Eins, zwei und ein Tier 2 Jetpack. Jetzt gehen wir auf Tier 3. Okay. Oh, Energetik Alloy. Okay, Energetik Alloy habe ich hier irgendwo. Energetik Alloy, genau. Ääh, der Schießkuchen ist im Weg. Ääh, der Schießkuchen ist im Weg. Ich brauche schon wieder Basic-Kapazitäten. So. Und da brauche ich ja Gold-Nuggets. Jaaa. Eins, zwei, drei. So. Das wird ja jetzt wohl reichen hier. Ich kann damit die 47 Basic-Kapazität herstellen. Ja gut. So, bringst du mir den Jetpack mal vorbei? Jaaa. 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 So. Davon müsste ich auch noch welche haben, genau. Jaaa. Kein Haar-Warm-Out-Out. Ah, zwei, drei, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Einfach mir jetzt Inventar werfen, bitte. Einer da rein. Oh, ich muss doch wieder so raussuchen. Der erkennt das ja wieder, dieses Arschloch. Hm. Eins, und wo war deins hin? Da. Machen wir das. Diese Eri-Maske, die du hier hast, erinnert mich voll an The Legend of Zelda. Ich weiß nicht. Hm. Ich kann jetzt im Übrigen auch die Goggles machen. Welche? Achso. Hahaha. Genau die. So, ich will nicht so sein, stell dir gleich im Tier vier Dinge her. Ui. Ah, hier ist ein wenig Erzwo-D-Zo. Äh, was fehlt denn jetzt? Das da? Boah. Boah. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ich brauch nochmal. Eins, zwei. Äh, davon zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Das sind zwei. Dann kann ich das auf jeden Fall schon mal. Loll. So. Und so. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oben. Hier. Da. Kannst du einmal unten aufladen gehen und dann viel Spaß beim rumdüsen. Das ist schneller als der Angel Ring. Das ist schneller als der Angel Ring. Ui. Ähm. Mal. Bzzz. 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 Störgeräusche in coming. Hä? Habe ich Störgeräusche? Es kam gerade so eine Handy Störgeräusche und meins liegt mal nicht am Mikro. Okay. Meins lag am Boden. Meins lag am Boden. Okay. Aber wir sind die Einzigen im DC gerade. Dann, dann ist es vielleicht meins. Ich brauche so einen verkackten Binder. Ba ba da 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 da. Ba 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 da da da. Ba ba. Willst du dann auch so einen Supreme im Ofen hier haben? Warum gibt es alles von Supreme? Na guck mal rein. Pass mal auf. Sag mir wenn du reinguckst. Ja. Ö. Der Motor hat 100% Efficiency. Ja. Ha ha ha. Alles von Supreme. Ja. Richtig effektiv. Und wie lange braucht man einen Chat? Oh Gott. Äh das hat 20.000 RF drinne. Also. Ja ich sehs grad. Das brauchen wir. Vor allem das Tier 65.000. Und das kommt bei mir auch noch. Uh. Also wenn ich soweit hab, dass ich die ganzen Sachen habe, melde ich mich und dann wird eins nochmal geupgradet. Uh. Uh. Jetzt fehlt mir da in der Mitte was. Das ist der Oktankapazität da. Äh. 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 Die Dinger brauche ich noch. Eins. Zwei. Zwei. Warum fehlt mir schon wieder so ein Teil? Ich krieg das Kotzen. Äh. Ab. Aax apa. Bababarababa. Bababarababa. Bababamababa. Hey. Bababamababa. vier stück und das nächste jetpack so tier fünf ich brauche dark solarium ingots kriege ich aus dark steel solarium und pulsating crystals und ich brauche davon ein zwei drei vier 56 leck mich fett alter ernsthaft ich brauche soll bei da habe ich den schon ja hab ich doch ja ist ja noch 17 millionen vor dir so ich brauche ender kristall ich brauche enderman und ein weibler kristall diese ampoule soll hab ich nicht infuse quads 2 4 3 6 9 mal quads wo ist eigentlich mein geräte dings bums kristall 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 Bis jetzt? Deine Süße ist gekommen und ist mitten in der Aufnahme. Also Melvin, wenn deine Kisten mal Hühner-Scheiße-Intos haben... Ich weiß nicht. Die haben immer Scheiße-Intos. Ne, ich sag bloß, ne, ich war's dann nicht. Das waren dann meine Kisten, die haben sich zu dir transferiert. Oh ja, hm. Ich hab 10k Hühner-Kacke. Joach, warum nicht? Wir sind immer so erschreckt. Wir sind immer so erschreckt. Gesundheit sag ich da nur. Warum Gesundheit? Weißt du, ich hab irgendwas gehört und dachte mir so, ach sagst du einfach mal Gesundheit. Ne, meine Mutter hat sich erschreckt. Warum, wegen dem Hund? Was für ein Hund? Ich hab nen Wurf gehört im Hintergrund. Nein, kein Wurf. Ein Miau? Nein, keine Tier. Also, in der Aufnahme hört man erstmal übelst laut nen Wurf. Jetzt, ne. Doch? Kein Wurf, kein Tier. Fernseh? Äh, ne, glaub nicht. Also, wenn ich jetzt sage, dein Vater wäre das ein bisschen weird. Ja. Und leidigend. Ich sag's jetzt trotzdem, dein Vater. Nein. Nein. Wenn er die Folge schaut. Aber man hat wirklich, man hat wirklich nen Wurf gehört, oder? Es kam von Sarah. Das kann O sein. Die ist ja schon ja gemutet. Ich bin schon die ganze Zeit gemütet. Ja, weil du kratzen tust. Nein. Doch. Wenn du redest, kratzt du. Das ist ihr Handy. Naja, ist ja egal. Sie kratzt trotzdem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da rein. Da. Und jetzt leckt sie. Ach, hier hab ich ja noch in der Küche dran. Warum nicht? Äh. Behindert. Was soll das? Jetzt so. Du 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 du. Und genau zu. gerade ein Copyright-Claim ach, scheiß drauf als ob mich das juckt die verbotene Folge ich bin mal gespannt, ob die Hausparty verbieten werden, wo ich die Weiber bumse ach so, ja genau bei der allerletzten Folge wo ich die unterm Pavillon nehme sieht man halt kurzzeitig die Uschi weil ich mich da mit dem Mund betätige hast du das schon hochgeladen? nein ich glaube, das werde ich sogar am Titel erkennen glaube ich auch wenn man am Titel vorkommt so, ich habe jetzt den Enderman Soul-Dings jetzt mache ich den Ender-Crystal dann habe ich das erste Bauteil für den Tier 5er Jetpack so, dann muss ich dann einmal da hin ausschalten, rein rein, anschalten und 6 XP oh, ist das aber Alarmarsch ich gebe mir mal so einen ähm Kapazitäter man, ich will mit dem Jetpack fliegen und da haben wir es was ist das denn für ein Teufelsritual ich habe das da gemacht da brauche ich eine Enderman-Säle dafür in der Küste ja ich brauche das nicht brauchst du auch nie das ist für ein Tier 5er Jetpack ja, das so, das haben wir das ist nicht gerade mein Spezialgebiet dann brauche ich diesen Kristall nicht mehr ich brauche jetzt das ach du Scheiße ich brauche halt so viele Dark-Teile das ist ja ab normal lol ich will zumindest in jedem Spiel eine Kirche gebaut haben weiß nicht wieso das müsste doch warte mal müsste das jetzt nicht auch langsam soweit sein bei Forest was denn mit der Kirchenbau-Folge ich will es hoffen ich kann jetzt aber nicht nachgucken was ist schick jetzt nach der richtig lustigen Kirchenbau-Aufnahme ich gucke dann gleich rein Verlobungsaufnahme Heiratsaufnahme ja ey also das war halt heftigster Lachflash Dattuso Solarium könnte ich mir wirklich jeden Tag anschauen ich brauche Seelensand und Gold könntest du mir mal bitte Seelensand bei mir unten herstellen weißt du wie das geht wobei ich habe noch 25 warte jeden oh aber du kannst er ist Solstent ja du kannst aber trotzdem gerne bei mir unten was herstellen weil ich brauche noch mehr davon dazu brauchst du die Pssst-Maschine Pssst-Maschine für Witherdust für Solstent du musst Sand davor platzieren hier ein Block freilassen und dann 3x3 Sand nach hinten sowieso bauen also der hier muss weg und dann wenn du die anmachst macht es nach dem ersten Strahl aus den 3x3 Sandflächer Seelsand die baust du ab damit es die nächste machen kann achso weißt du wie rutsch ja ja warte ähm Sand 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 1 2 3 klickst du gleich noch ein Builder Swamp warte irgendwo habe ich noch einen boah das ist Premium Ansonsten crafte ich schnell ein das Wetter sieht auch wieder wunderschön aus bei mir ui sooo dann unten wird jetzt 3x3 und Dark Steel brauche ich Och Mann verdammt was war denn jetzt so los er hat den Koppelstone ausgewählt den ich immer im Inventar hatte ok das sollte nicht sein du machst das schon Melvin ich sollte vielleicht mal die Maschine anschalten ja unten bei dir die damit äh Zeug durchgebrannt wird was sonst boah den muss ich jetzt testen den habe ich aus dem Lootback gekriegt wenn ich dich damit one hitte dann fresse ich den Besen ey ja ne mach erst einmal da unten ich hab nie vor gehabt zu sterben ey das ist ein Stick ein Stick also willst du mich mit einem Stock oh nein oh nein es ist kein Pockies Stock hä bei mir stand Poke echt ja lol aber guck mal was der drauf hat was ist er denn drauf scharfen den hab ich aus dem Lootback gekriegt den hab ich aus dem Lootback gekriegt Allah weh 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 Vielen Dank.